So, das war er schon. Und noch, lässt mich raus. So. Wir da, dort und hier. Passt. Und weiter geht's. Ich muss mal gucken, was ich überhaupt draus mache. Also, ob ich hier so einen, ich glaube hier mache ich so einen Kellerraum draus, das mache ich dann hier, also hier mache ich erstmal so einen kleinen Gang rein und dann erweite ich das zu einem Raum und was ich dann hier links und rechts mache, das weiß ich noch gar nicht. Da muss ich auch so mal gucken. Na. Alter, ich erschreck mich echt vor jedem Furz. Das gibt's echt, das gibt's nicht, man. Vor jeder Kleinigkeit, da schrecke ich mich. Zum Glück ist das im echten Leben nicht so. So. Machen wir uns gleich mal zwei oder gleich drei. Ne, drei sind schon wieder zu viel. So. Und ich muss jetzt auch mal, ähm, gib mal hier so ein bisschen. Mist. Das war jetzt schon wieder zu viel. Das ist jetzt auch wieder doof. So. Ein paar Kistchen gemacht. Hm, wie mache ich das denn jetzt hier? Muss ja irgendwie auch so symmetrisch werden, ne? Aber wie war das? Das ist drei breit. Drei, vier, fünf, sieben breit. Verdammt, das kann gar nicht symmetrisch werden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie beruhigt diese Flöte ein bisschen. die er gerade so vor sich hin nudelt. Hm. Die Musik ist jetzt schon wieder weniger beruhigend. Mach mich nicht so paar Nuitu, blöde Musik. Jetzt bin ich hier noch verrückt. So, schalte ich dich aus. Dann hast du deinen Zweck verfehlt. So. So machen wir das. So. Ähm, Moment, der ist eins, zwei, drei. Eins, äh, ja, noch eins. Oh, na, fehlt noch. Oh, Inventor ist voll. Ach, ich bin der doof. So, äh, wo ist das denn? Na, gehst du weg? So. Ja, das ist jetzt so doof. Also noch eins. Nüsst, das war jetzt auch schon wieder eins zu weit. So, hier machen wir mal eine Steinkiste draus. Ah, ist schon wieder Nacht. So, und jetzt hier aber, nee. Naja. Die Musik ist jetzt zwar nicht ganz perfekt, aber immerhin besser als die davor. So, Stein, Stein, Stein. Das waren Steine, Steine. Hm. So. So. Erde, 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 erde. Hm. Inventar schon wieder voll. Und ab geht's. Zip. Erde, 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 erde. Und hier kann ich, glaube ich, mal Holzkrempel reinmachen. So, alles, was so mit Holz zu tun hat. So, das kann da rein, das kann da rein, das und das. Birkenholz kann da rein. So. Setzlinge können da rein. Hier kommt der Krempel hin, da kommen die Blöcke hin, hier kommt das normale Holz hin. Na ja, jetzt hier. So. Ja, passt. Da war die Erde drin. Ich glaube, da mache ich jetzt auch mal eine Kiste mit wertvollen Sachen. Das ist meine Lieblingskiste, meine Kiste mit wertvollen Sachen. Ja, jetzt habe ich überhaupt keine Kiste mehr. Gehe ich jetzt hoch oder mache ich hier? Ah, ich gehe noch mal hoch. Äh, was wollte ich? Eine Kiste wollte ich. Ich wollte sogar zwei. Heute bin ich beanspruchsvoll. Ich mache mir so immer zwei Kisten. Und ab geht's. Äh, nee, die stelle ich mir lieber. Hier hin, so. Kuhle, Knochen, Spinn, Diggens. Seide, Schwarzpulver, ne, erfruttetes Fleisch ist echt gar nicht wertvoll. Und Pfeile. So, dann könnte ich euch noch eine Nahrungskiste machen. Nee, das war schon wieder falsch. So, zack. Und abwärts geht's. So, Heizen, Appel. Hm, Kürbiskörne, Eichensitz nehmen, Kürbis kann ich nicht noch mitnehmen. Sonst bleibt der Kempel erstmal hier. Die kann ich gerade mal benutzen. So, Essenskiste. Und das war hier. Was habe ich denn hier? Meine Holzkiste und Erde. Holz ist da. Und Erde ist Mist. So. Stein und Erde. Ich merke schon wieder, ich bin immer noch am Halbverhungern. Beziehungsweise, ich bin schon wieder am Halbverhungern, aber da unten. Erstmal Beine brechen. So, langsam geht die Weizproduktion voran. So. Den mache ich jetzt mal weg. Und äh... Mist. Zack, da kommt es mal mit. Und dum 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 dum. So, Wasser gibt es da unten. Ist hier was Spannendes. Nö, hier gibt es nix. Da gibt es noch einen tiefen Abgrund. Hm. Ja, das ist jetzt irgendwie schlecht. So, das ist schon besser. Na, da, 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 da. So. Geht das? Ja, das geht. Ach, das geht auch. Sehr gut. Jetzt haben wir uns hier einen kleinen Wassergraben gezogen. Was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich hier ein bisschen Weizen. Oder soll ich die Essenskiste lieber hier oben machen? Ich weiß es nicht. Ach komm, weiße, ich mache sie hier oben. So, da ist meine Essenskiste. Mache ich die hier oben, richte ich die hier oben ein. So, da, 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 da. Dann kommt der Krimpel mal runter irgendwann. So, da, 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 da das geht so und ich ein heuballen cool ein hey wie spricht man das aus die ball setzen uns bei den heuballen hin keine ahnung warum aber irgendwie sieht es schön aus und musik hört sich so düster an so das macht was schönes erzähl ich mal ganz gerne pferde wo sind denn pferde pferde